Es ist nicht wirklich eine Frage, dass deine Liebungen dir mehr preisierter werden, weil sie so preisierter sind, wie sie sein können. Es ist wirklich eine Geschichte voller Leid, die man sich kaum vorstellen kann. Lassen Sie uns beginnen. Michael Landon ist zur Hälfte Jude und wurde daher während seiner gesamten Kindheit von seinen Mitschülern immer wieder diskriminiert und schikaniert. Die Grausamkeiten, die Kinder, die unter schulischer Gewalt leiden, ertragen müssen, sind psychische Angst und körperliche Gewalt. Diese Einflüsse machten Michael im Laufe der Zeit zu einem dünnen und nahbaren Kind. Er schottete sich ab, interagierte nicht mit der Außenwelt und kräuselte stets seine Stachelschweinfedern, um sich vor unnötigen Verletzungen zu schützen. Ich dachte, dass sich nach dem Erwachsenwerden alles ändern würde, aber nein, es wurde noch schlimmer. Er litt nicht nur unter der Diskriminierung durch Außenstehende, sondern auch unter der Entfremdung von seiner eigenen Mutter. Das ist der giftigste Fall, der das gesamte Vertrauen und die Liebe eines Kindes zu diesem Leben zerstört. Sie zielte nicht nur auf ihn, sondern richtete ihre Aggression auch auf seinen Vater. Wilson beschreibt anschaulich die erschöpfende Atmosphäre in ihrer Familie, in der das Mobbing ihrer Großmutter ungezügelt und unerbittlich war. Landons Vater, der dem Verhalten seiner Frau anfangs vielleicht nicht widerstehen konnte, wird schließlich unter der Last ihrer Giftigkeit müde. Um mit der überwältigenden Negativität um ihn herum fertig zu werden, findet Lennon Trost in der Einsamkeit. Er zieht sich in seine eigene Welt zurück und sucht Zuflucht vor den harten Realitäten seiner Erziehung. Innerhalb der Grenzen seiner Vorstellungskraft beginnt er eine Vision von sich selbst zu konstruieren, die unabhängig von den schmerzhaften Umständen ist, mit denen er täglich konfrontiert wird. Dieser Rückzug in seine innere Welt diente ihm als Bewältigungsmechanismus, der es ihm ermöglichte, die Prüfungen der Jugend zu überstehen. Als er reifer wurde, strebte Lennon eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie an. Seine Ambitionen wurden jedoch enttäuscht, als sein Vater versuchte, ihm über seine Verbindungen zu RKO Radio Pictures einen Job in Los Angeles zu verschaffen. Dieser Vorfall, über den das People Magazine berichtet, war ein demütigender Rückschlag für Vater und Sohn. Ein unnachgiebiger Sicherheitsbeamter verweigerte ihnen den Zutritt zum Grundstück und erinnerte sie eindringlich an die ihnen auferlegten Kranzen. Entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen und sich von den Zwängen der Verschuldung zu befreien, traf Lennon eine wichtige Entscheidung. Er beschloss, seinen Weg unabhängig zu gehen und weigerte sich, für seinen Erfolg auf Gefälligkeiten oder Beziehungen angewiesen zu sein. Diese Entschlossenheit, sein Schicksal nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, wurde zu einem Leitprinzip seines Lebens. Obwohl er ursprünglich nicht die Absicht hatte, professionell zu Schauspielern, führten ihn die Umstände auf diesen Weg. Wie in Cheryl Landon Wilson's Buch I Promised My Dad beschrieben. Landons Ausflug in die Schauspielerei begann unerwartet, als er in einer Bandfabrik arbeitete. Mitten im Fabrikalltag kam ein Kollege auf ihn zu und bat ihn um Unterstützung bei einem Vorsprechen für Warner Brothers. Obwohl die Schauspielerei nicht zu seinen ursprünglichen Plänen gehörte, willigte Landon ein und fand sich unerwartet vom kreativen Prozess gefangen genommen. Doch die praktischen Dinge des Lebens waren immer noch sehr wichtig und Landon musste einen Weg finden, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, während er seine neu entdeckte Leidenschaft auslebte. Durch strategisches Denken sicherte er sich einen Job an einer Tankstelle in der Nähe der Warner Brothers Studios. Bei diesem Schritt ging es nicht nur um finanzielle Stabilität. Es war ein kalkulierter Schritt, um in die Welt von Hollywood einzutauchen. Denn er hoffte, dass die Nähe zu den Studios ihm die Möglichkeit geben würde, Kontakte zu knüpfen und sich zu präsentieren. Das Glück war auf Landons Seite, als ein leitender Angestellter während seiner Schichten an der Tankstelle auf ihn aufmerksam wurde und sein Potenzial erkannte und ihn drängte, eine formale Schauspielausbildung zu absolvieren. Durch diese Ermutigung beflügelt, begab sich Lennon auf eine Reise der Selbstverbesserung und belegte Schauspielkurse, um sein Handwerk zu verfeinern. Trotz der Anforderungen seines Studiums kämpfte er weiterhin mit den Herausforderungen, über die Runden zu kommen. Er nahm verschiedene Gelegenheitsjobs an, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. In einer symbolischen Geste der Neuerfindung entschied sich Lennon, eine neue Identität anzunehmen, sein früheres Ich abzulegen und die Persona Michael Lennon anzunehmen. Die Wahl des Namens, den er aus seinem banalen Telefonbuch entnommen hatte, vermittelte ein Gefühl der Befreiung und der Möglichkeit und signalisierte seine Bereitschaft, die vor ihm liegenden Chancen zu ergreifen. Doch Lennons Aufstieg in der Welt der Schauspielerei verlief alles andere als kometenhaft. Unbeirrt von Rückschlägen und Ablehnungen hielt er mit unerschütterlicher Entschlossenheit durch, sprach unermüdlich vor und akzeptierte gemeine alte Rollen als Trittsteine auf dem Weg zu seinem endgültigen Ziel. Jedes Vorsprechen, jede kleine Rolle war ein Beweis für seine Unverwüstlichkeit und sein unermüdliches Engagement für sein Handwerk. Erst Mitte der 50er Jahre begann Lennon die Früchte seiner Arbeit zu ernten und schaffte seinen ersten großen Durchbruch in der wettbewerbsorientierten Welt Hollywoods. Als Mitglied der Originalbesetzung von Bonanza hinterließ Michael Lennon mit seiner Darstellung des Little Joe Cartwright einen unauslöschlichen Eindruck in der Fernsehgeschichte. An der Seite seines Co-Stars Dan Blocker, der seinen Bruder Hoss spielte, trug Lennon dazu bei, die Dynamik der beliebten Western-Serie zu definieren. Während der Dreharbeiten zur 13. Staffel der Serie kam es jedoch zu einer Tragödie, die in Douglas Snorfer's The Show Must Go On beschrieben wird. Nach Abschluss der Dreharbeiten unterzog sich Dan Blocker eine Routineoperation zur Entfernung der Gallenblase, ohne zu ahnen, welche schwerwiegenden Komplikationen sich daraus ergeben würden. Während des Eingriffs bildete sich ein Blutgerinnsel, das schließlich in seine Lunge wanderte und Blockers Herz zum Stillstand brachte, bevor die Chirurgien eingreifen konnten. Der plötzliche und verheerende Verlust von Blocker im jungen Alter von 43 Jahren warf einen schweren Schatten auf die Besetzung und Crew von Bonanza. Trotz der tiefen Trauer, die am Set herrschte, bemühte sich Michael Lennon inmitten der düsteren Atmosphäre ein Gefühl der Heiterkeit zu bewahren. Gaststar Ken Howard erinnerte sich an Lennons bemerkenswerte Fähigkeit, Humor in die dunkelsten Momente zu bringen und seinen trauernden Kollegen die dringend benötigte Atempause zu verschaffen. Doch hinter der Fassade des Lachens kämpfte Lennon mit dem Gewicht seiner Gefühle. Ein Gefühl, das er in einer herzlichen Ansprache an die Schauspieler und die Crew zum Ausdruck brachte, als die Produktion wieder aufgenommen wurde. Der Verlust von Dan Blocker wirkte sich noch auf die restliche Laufzeit von Bonanza aus und die Serie wurde nach nur einer weiteren Staffel eingestellt. Doch ein Jahrzehnt später, nach dem Ende von Highway to Heaven, wurde Lennon erneut von einer Tragödie heimgesucht. Sein guter Freund und Co-Star, Victor French, erlag dem Lungenkrebs. Eine Diagnose, die erst drei Monate zuvor festgestellt worden war, wie die AP berichtete. Während die medizinische Ursache für Frenchs Tod klar war, führte Lennon die endgültige Tragödie auf Frenchs Kampf mit der Alkoholsucht zurück, über den ihre gemeinsame Großstar Karen Russell in ihren Memoiren berichtete. Das Jahr 1959 markierte einen bedeutenden Wendepunkt in Michael Lennons Leben, als er einen verheerenden Verlust erlitt, der seine Weltanschauung prägen und seine Gefühlswelt tiefgreifend beeinflussen sollte. Inmitten seiner aufkeimenden Schauspielkarriere ereignete sich mit plötzlichen und unerwarteten Tod seines Vaters eine Tragödie, die Schockwellen durch Lennons Welt sandte. Die schlichte Routine des täglichen Rituals seines Vaters, das von einem zwanglosen Theaterbesuch und einer Kostprobe der Tagessuppe unterbrochen wurde, wurde durch einen schweren Herzinfarkt je unterbrochen. Wie Cheryl Landon Wilson in ihrer ergreifenden Erzählung »I promised my dad« schildert, erschütterte die Nachricht vom plötzlichen Ableben seines Vaters Landon und ließ sich ihm vor Trauer und Unglauben erstarren. Nach dem Tod seines Vaters musste sich Landon mit der harten Realität der Sterblichkeit auseinandersetzen und befürchten, dass auch ihn ein ähnliches Schicksal eilen könnte. Doch wie es seinem unverwüstlichen Geist entspricht, suchte Landon Trost im Humor, einen Bewältigungsmechanismus, der für seinen Bewältigungsstil charakteristisch werden sollte. Er verwandelte seine innere Zerrissenheit in eine komödiantische Routine und ahmte die Symptome eines Herzinfarkts auf humorvolle Weise nach, wenn auch mit einem Hauch von unterschwelliger Traurigkeit. Hinter der Fassade der Leichtigkeit verbarg sich jedoch ein tiefes Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Landon nahm es auf sich, dafür zu sorgen, dass sein Vater einen würdigen Abschied erhielt und übernahm die finanzielle Last der Beerdigungskosten. Außerdem setzte er sich für das Wohlergehen seiner Mutter und seiner Schwester ein und erkannte, wie wichtig es war, in der gemeinsamen Trauer für seine Familie zu sorgen. Der Verlust seines Vaters halte tief in Landons Psyche nach und ließ ihn mit einem Tumult von Gefühlen kämpfen, während er versuchte, die Anforderungen seiner aufkeimenden Karriere zu bewältigen. Die Rückkehr an das Set von The Legend of Tom Dooley erwiss sich als schwierige Aufgabe, da die Trauer schwer auf seinen Schultern lastete und einen Schatten auf seine übliche Vitalität und Begeisterung warf. Trotz seiner Darstellung als hingebungsvoller Familienvater auf dem Bildschirm, insbesondere in der Kultserie Little House on the Prairie, war Landons Privatleben alles andere als perfekt. Es war geprägt von den Herausforderungen und Komplexitäten, die das Führen von Beziehungen mit sich bringt. Das Scheitern seiner ersten Ehe könnte, wie Pamela Lansden im People Magazine Treffen beschreibt, auf die Naivität der Jugend zurückgeführt werden. Doch gerade seine zweite Ehe sorgte für Aufsehen und Spekulationen, da Gerüchte über seine Beziehung zu einer jüngeren Frau die Runde machten. Lannon wies diese Behauptungen jedoch vehement zurück und behauptete, dass die Entscheidung, seine Ehe zu behenden, auf unüberbrückbare Differenzen und nicht auf Untreue zurückzuführen sei. Als er über das Scheiten seiner zweiten Ehe nachdachte, brachte Lannon seine tief verwurzelte Überzeugung zum Ausdruck, dass die Auflösung einer langjährigen Beziehung mehr als nur die körperliche Anziehung zu einem jüngeren Partner erforderte. Stattdessen betonte er die tiefgreifenden emotionalen und psychologischen Abgründe, die sich aufgetan hatten und die schließlich zum Zerbrechen der ehelichen Bindung führten. Inmitten des persönlichen Umbruchs fand Lannon Trost und Gesellschaft in Cindy Clerico, einer Make-up-Künstlerin, deren Weg sich mit dem Seinen kreuzte. Ihre Verbindung entwickelte sich zu einer tiefgreifenden Partnerschaft, die von gegenseitigem Verständnis und den gemeinsamen Streben nach häuslicher Harmonie geprägt war. Michael Lannons Beziehung zu seinen Kindern war ein zentraler Pfeiler in seinem Leben, geprägt von Liebe, Hingabe und unerschütterlicher Unterstützung. Unter seinen neuen Kindern war die Beziehung zu Cheryl besonders innig und wurzelte in einem tiefen Gefühl der familiären Verbundenheit und gegenseitigen Zuneigung. Cheryls Reise in Lannons Leben begann, als ihre Mutter, Mayori Lynn Noe, heiratete und sie im zarten Alter von sechs Jahren offiziell adoptierte. Von diesem Moment an war Cheryl in eine Welt voller Liebe und Fürsorge gehüllt und wurde als wertvolles Mitglied der Lannons Familie geschätzt. Im Rückblick auf ihre Erziehung erinnerte sich Cheryl gerne an die besondere Beziehung, die sie mit ihrem Vater teilte und beschrieb, dass sie in seiner Gegenwart wie eine Prinzessin behandelt wurde. Ihre Beziehung war von gegenseitiger Bewunderung und Respekt geprägt und Lannons unerschütterliche Unterstützung war für Cheryl ihr ganzes Leben lang eine Quelle der Kraft und Inspiration. Tragischerweise wurde Cheryls Leben durch einen erschütterten Autounfall in Tucson, Arizona fast beendet, als sie gerade 19 Jahre alt war. Bei dem Unfall kamen drei Menschen ums Leben und Cheryl kämpfte nach dem verheerenden Zusammenstoß ums Überleben. Wie durch ein Wunder konnte sie sich aus dem Wrack befreien, doch ihr Zustand blieb prekär, denn sie fiel in ein Koma, das vier quälende Tage andauerte. Während dieser turbulenten Zeit war Michael Lannons unerschütterliche Anwesenheit ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Durchhaltevermögens. Trotz der düsteren Prognose der Mediziner weigerte sich Lannon, seine geliebte Tochter aufzugeben und ließ sie mit unerschütterlicher Entschlossenheit um ihr Leben kämpfen. In einem ergreifenden Interview in The 700 Club im Jahre 1982 erzählte Lannon von der Tortur und betonte seinen unerschütterlichen Glauben an Cheryls Fähigkeit, die Widrigkeiten zu überwinden. Cheryl selbst nannte die unerschütterliche Unterstützung und Ermutigung ihres Vaters als entscheidenden Faktor für ihre letztendliche Genesung und erinnerte sich an seine unerschütterliche Präsenz an ihrer Seite während ihrer dunkelsten Momente. Die Beziehung zwischen Melissa Gilbert und Michael Lannon, die am Set von Little House on the Prairie entstand, entwickelte sich zu einer tiefen Verbundenheit, die über die Grenzen ihres Berufslebens hinausging. Gilberts Bewunderung für Lannon ging über seine Talente als Schauspieler und Regisseur hinaus und umfasste auch seine Rolle als Mentor und Vaterfigur während ihrer prägenden Jahre. Ihre Verbindung vertiefte sich nach dem tragischen Verlust von Gilberts Vater im Jahre 1976, was ihre Familie näher zusammenbrachte und ein Gefühl der Verwandtschaft förderte, das über die Grenzen des Fernsehbildschirms hinausging. Jährliche Urlaube auf Hawaii wurden zu einer liebgewonnenen Tradition, die ihnen eine Pause von den Anforderungen ihrer jeweiligen Karrieren verschaffte und Momente des gemeinsamen Lachens und der Kameradschaft bot. Die idyllische Harmonie ihrer Beziehung wurde jedoch erschüttert, als die Affäre zwischen Lannon und Cindy Clerico ans Licht kam. Für Gilbert war diese Nachricht ein verheerender Schlag, der ihre Wahrnehmung von Lannon als Mentor und Vaterfigur erschütterte. Wie in dem Buch I Promised My Dad von Cheryl London Wilson beschrieben, spiegelte Gilbert Schock den von Lannons eigener Familie wider und unterstrich die tiefgreifenden Auswirkungen der Affäre auf die Menschen, die ihm am nächsten standen. In der Öffentlichkeit kämpfte Gilbert damit, das Bild von Lannon als fehlerhaften Menschen mit der Erkenntnis in Einklang zu bringen, dass sein Handeln im Widerspruch zu den Idealen stand, für die er eingetreten war. Der Verrat warf einen Schatten auf ihre einst enge Beziehung und führte zu einer Zeit der Entfremdung, die durch höfliche, aber distanzierte Interaktionen gekennzeichnet war. Laut Mental Floss belasteten die Folgen der Affäre Gilberts Beziehung zu Lannon, was zu einer spürbaren Veränderung ihrer Dynamik sowohl auf dem Bildschirm als auch abseits des Bildschirms führte. Trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit ließ die Kommunikation zwischen den beiden nach dem Ende von Little House on the Prairie nach und Gilbert hielt eine vorsichtige Distanz zu ihrem ehemaligen Co-Star. Ihre Entfremdung hielt jahrelang an und Gilbert sprach bis 1990 nicht mehr mit Lannon. Doch trotz des Zerwürfnisses, das sich zwischen ihnen gebildet hatte, hegte Gilbert keinen Groll gegen ihren Leinwandvater. In späteren Jahren erinnerte sie sich liebevoll an Lannon als ein außergewöhnliches Talent und einen mitfühlenden Menschen und reflektierte mit Wärme und Wertschätzung über sein vielschichtiges Vermächtnis. Für Gilbert war die Komplexität ihrer Beziehung zu Lannon ein Zeugnis für die Nuancen menschlicher Beziehungen und verdeutlichte den tiefgreifenden Einfluss, den Menschen auf das Leben eines anderen haben können, sowohl in Momenten des Triumphs als auch in den Zeiten des Kampfes. Michael Lannons Leben nahm eine tiefe Wendung, als er im April 1991 eine verheerende Krebsdiagnose erhielt. Ein Moment, der seine Existenz für immer verändern sollte. Trotz der Schwere seiner Erkrankung ging Lannon mit seiner eigenen Stärke und Entschlossenheit an seine Krankheit heran und weigerte sich, in Angst oder Verzweiflung zu verfallen. In einem Interview mit dem Live-Magazin, über das die Associated Press berichtete, brachte Lannon seine unerschütterliche Entschlossenheit zum Ausdruck, sich seiner Diagnose zu stellen und erkannte die nackte Tatsache an, dass es für ihn nur zwei Möglichkeiten gab, Sieg oder Niederlage. Während seines Kampfes gegen den Krebs blieb Lannon standhaft in seinem Engagement für seine Familie, indem er seine Energie darauf verwendete, viel Zeit mit seinem Leben zu verbringen. Während er verschiedene Behandlungsmöglichkeiten erforschte, darunter Chemotherapie und experimentelle Therapien. Trotz der enormen Herausforderungen, die seine Krankheit mit sich brachte, weigerte sich Lannon die Hoffnung aufzugeben und schwor sich, mit jeder Faser seines Wesens zu kämpfen. Entscheidend von Lannons Widerstandskraft im Angesicht der Widrigkeiten war sein unerschütterlicher Glaube an Gott und die unerschütterliche Unterstützung seiner Familie. Wenn er offen über sein Glauben sprach, drückte Lannon ein tiefes Gefühl des Friedens und der Akzeptanz aus, das auf dem Wissen beruhte, dass sein Schicksal letztlich in den Händen einer höheren Macht lag. Ich wüsste nicht, warum ich den Tod fürchten sollte und das tue ich auch nicht, sagte er und unterstrich damit seine Überzeugung, dass sein Glaube ihn auch durch die dunkelsten Zeiten leiten würde. Inmitten der Turbulenzen seiner Krankheit musste Lannon jedoch schmerzlich feststellen, dass er sich in den letzten Wochen von seinen Kindern entfremdet hatte, weil er nicht richtig kommunizieren konnte. Cheryl Landon Wilson schildert in ihrer ergreifenden Reflexion in I promised my dad ihr tiefes Bedauern über das Missverständnis, das ihren Vater daran hinderte, wertvolle Momente mit seinen Kindern zu verbringen. Trotz der Zusicherungen von Cindy Clarico, Lannons Lebensgefährtin bezüglich der Besuchsregelungen, kam die Wahrheit zu spät ans Licht und ließ Wilson von Angst und Reue zerfressen zurück. Michael Lannons Tod im Juli 1991 im Alter von nur 54 Jahren war ein Schock für die Unterhaltungsindustrie und hinterließ unzählige Fans zurück. Auch wenn Lannon selbst keine Angst vor dem Tod hatte, so hinterließ sein Tod doch eine unersetzliche Lücke in den Herzen derer, die ihn bewunderten und schätzten. Zu den Trauernden gehörte auch der ehemalige Präsident Ronald Reagan, dessen ergreifende Würdigung die tiefgreifende Wirkung von Lannons Leben und Vermächtnis auf die amerikanische Psyche unterstrich. Sein tragischer Kampf gegen den Krebs berührte die Herzen aller Amerikaner, ebenso wie sein unburgsamer Geist, sagte Reagan und brachte damit die kollektive Trauer einer Nation zum Ausdruck, die den Verlust einer ihrer beliebtesten Persönlichkeiten betrauert. Zu Lannons Beerdigung versammelten sich 500 Teilnehmer zu einer privaten Zeremonie in einem Gedenkpark in Los Angeles. Unter den Trauernden befand sich auch Melissa Gilbert, die in ihrer zu Herzen gehenden Rede das Wesen von Lannons Charakter und den tiefgreifenden Einfluss, den er auf seine Mitmenschen hatte, auf den Punkt brachte. Er war so besonders und im Grunde genommen so gut. Erinnerte sich Gilbert, die über Lannons unerschütterliche Integrität und Standhaftigkeit nachdachte. Bei ihm wusste man immer genau, woran man war. Ein Beweis für die Authentizität und Aufrichtigkeit, die Lannons Beziehungen zu anderen Menschen auszeichneten. Auch in den Jahren nach seinem Tod blieb Lannons Vermächtnis bestehen, das durch seine Beiträge zum amerikanischen Fernsehen unsterblich wurde. Trotz der tragischen Umstände seines Todes blieb Lannons unbeugsamer Geist ungebrochen und sein unerschütterlicher Optimismus leuchtete bis zum Ende durch. Wie das People Magazine schreibt, ging Lannons seine letzten Tage mit einem Gefühl der Zufriedenheit und Dankbarkeit an und blickte mit einem tiefen Gefühl der Erfüllung auf sein Leben zurück. Ich habe es hier ganz schön weit gebracht, sagte er und würdigte den Reichtum seiner Erfahrungen und die Segnungen, die ihm auf seinem Weg begegnet waren. Lannons Kampf gegen den Krebs war durch eine Pressekonferenz in seinem Haus bekannt geworden. Doch Gilbert hatte die Schwere seines Zuschauens schon lange vor der offiziellen Ankündigung geahnt, da sie den Tribut erkannte, den jahrelanges Rauchen und Trinken für seine Gesundheit gefordert hatte. Gilbert, die sich nervös auf das emotionale Wiedersehen vorbereitete, nahm schließlich den Mut auf, Lannons eine Woche vor seinem Tod zu besuchen. Der Anblick, der sich ihr bot, war ein krasser Unterschied zu den robusten und energiegeladenen Figuren, die sie während ihrer gemeinsamen Tage am Set kennengelernt hatte. Lannons, eins als Paar Engels die Verkörperung von Kraft und Vitalität, wirkte jetzt zerbrechlich und abgemagert. Sein einst so lebendiger Geist war durch das unerbittliche Fortschreiten der Krankheit getrübt. Gierberts Herz brach bei seinem Anblick, er beschrieb ihn fast als unsichtbar, ein eindringliches Zeugnis für die Verwüstungen des Krebses. Trotz der Krankheit, die Lannons letzte Tage überschattete, gab es Momente tiefer Wärme und Verbundenheit zwischen seinen Familienmitgliedern. Umgeben von all seinen neuen Kindern erlebte Lannon ein Gefühl des Abschlusses und der Ruhe. Vielleicht erhaschte er sogar einen Blick auf das sprichwörtliche Licht, wie seine Tochter Leslie erzählte. Berichten zufolge unterhielt sich Lannon mit seinen verstorbenen Eltern und fand Trost in der Vorstellung, dass geliebte Menschen im Jenseits auf seine Ankunft warteten. In einem ergreifenden Gespräch mit seinen Kindern akzeptierte Lannon die Unausweichlichkeit seines Schicksals mit Anmut und Liebe. Seine letzten Worte, Ihr habt recht, es ist Zeit, ich liebe euch alle, waren ein ergreifendes Zeugnis für die Tiefe seiner Zuneigung und die dauerhafte Bindung, die er mit seiner Familie teilte. Als er sich von seinen Kindern verabschiedete, suchte Lannon Trost in den Armen seiner ihm treu ergebenen Frau Cindy und fand in ihrer Gegenwart Trost und Frieden, als er sich auf seine letzte Reise vorbereitete. Was denken Sie über die Tragödien, die sich im Leben von Michael Lannon ereignet haben? Hinterlassen Sie uns Ihre Kommentare in dem unten stehenden Abschnitt. Wir hoffen, Sie haben dieses Video hilfreich gefunden. Vergessen Sie nicht, es zu liken, zu teilen und den Kanal zu abonnieren, wenn es Ihnen gefällt. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zu den nächsten Videos. Auf Wiedersehen.